Ich bin jedes Mal noch stolz, um für HSV zu spielen. Also er gilt für das Fix-Emotional beim HSV. Und der, der immer alles gibt, kommt frei zum Kopf bei Rick Van Drogelen. Gut verteidigt von Van Drogelen. Van Drogelen auf dem Weg zur Führungsfigur. Starkes Spiel von ihm. Harter, aber vertretbarer Körper-Einsatz von Rick Van Drogelen. Sie waren so überradiert, aber ich, 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 ja, 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 ich, ja. Und der war stark, der Freistoß. Der war ganz stark. Wie ihr es gesehen, nochmal verdrängeln. Lonten ist es. Aus 2 zu 0. Und der HSV ist zurück. 1, 2, 70 und ein paar Sekündchen. I'm really fucking mental Yeah, I'm mental Yeah, I'm mental Yeah, I'm mental Yeah, I'm mental Yeah, I, I, I'm really fucking mental